Herr Vorsitzender, es ist zu ihm noch eine Studie reingereicht worden, die ich eigentlich gerne vorgetragen hätte zur Unterfütterung meiner Argumente. Am Institut für Arbeitsethik der Universität in Görlitz wurde eine Vergleichsstudie über die unterschiedliche Arbeitsweise von deutschen und polnischen Handwerkern durchgeführt. Stellen Sie sich vor, Herr Vorsitzender, 5.30 Uhr morgens, es klingelt an Ihrer Tür. Davor stehen Bolek und seine polnische Handwerker-Truppe, um ihre Wohnung zu renovieren. Sechs energische Gesichter sagen nur eins, lasst uns arbeiten, arbeiten, arbeiten. Gleichzeitig an einem anderen Ort, auch der deutsche Handwerksmeister, ist schon aktiv. Er sägt. Auch sein Gesicht sagt nur eins, lasst mich pennen, pennen, pennen. 5.32 Uhr. Bolek und seine Leute laden den Wagen aus. Sie sind am Morgen aus Warschau gekommen. In der Nacht haben Sie in Braunschweig noch eine Doppelgarage gebaut und in Hannover zwei Dächer noch eingedeckt. Sie, Herr Vorsitzender, erklären Bolek, was zu tun ist. Die ganze Wohnung renovieren. Alle Tapeten ab, im Wohnzimmer einen Wanddurchbruch, alle Elektriken neu, alle Rohrleitungen neu, alle Wände neu verputzen. Die Decken abhängen, den Stock erneuern, die Fußboden erhöhen, spachteln und streichen. Das Bad fließen in die Küche, raufhausern, Laminat. Bolek wundert sich, er dachte, es gibt Arbeit für den ganzen Tag. 6.30 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister dreht sich noch einmal um. 7.00 Uhr. Ihre Wohnung, Herr Vorsitzender, sieht aus wie Dresden 45. Alle Tapeten sind runter. Bolek, Leschek und Marek stritzen Elektroleitungen in die Wände. Antek und Spischek verputzen gleichzeitig. Und Franek bereitet schwitzend die Küche für den Laminat und die Rauchfasser vor. 7.30 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister steht auf. Er geht ins Bad, sieht sich selbst im Spiegel und konstatiert, dem deutschen Mittelstand ging es noch nie so schlecht wie heute. 7.50 Uhr. Die Polen haben die ersten Wände verputzt und gespachtelt. 8.00 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister frühstückt. Dann holt er seine Lehrlinge ab und macht sich auf den Weg zu ihnen. Unterwegs bemerken die beiden, dass sie vor der Arbeit noch tanken müssen. Sie halten an. Jeder hat zwei Bier, zwei Korn, drei Jägermeister. Der Arbeitstag kann beginnen. 9.30 Uhr. Die Polen haben das erste Zimmer ihrer Wohnung fertig verputzt. Sie arbeiten seit vier Stunden ununterbrochen. Sie werden ein wenig müde. Sie, Herr Vorsitzender, schlagen eine Pause vor. Aber Polen haben ihre eigene Methode. Sie schrauben eine Steckdose ab. Jeder packt mal kurz seine Kontakte. Danach sind alle wieder hellwach und arbeiten weiter. 9.35 Uhr. Es klingelt. Der deutsche Handwerksmeister steht vor ihrer Tür. Er sieht aus wie der dicke Bruder, der wilde Herzbuben, trägt einen Kittel und darunter ein T-Shirt mit der Aufschrift und bierformte diesen schönen Körper. Seine Hose hängt so auf halb acht, dass Sie seine Gesäßbacken sehen können. Er begrüßt Sie mit dem Satz, ich bin Firma Pütz, sind Sie der verstopfte Siphon. Sie nicken und lassen ihn herein. 10.15 Uhr. Die Polen haben das zweite Zimmer fertig verputzt. 10.20 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister schaut den verstopften Siphon an und sagt den klassischen Handwerkersatz Oh, 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 oh. Oh, dat wird teuer. Ein wichtiger Satz. Jedes Oh bedeutet für Sie, Herr Vorsitzender, 50 Euro mehr als den Kostenvoranschlag ausgemacht hat. Oh, oh, oh. Oh, dat wird teuer. Der deutsche Handwerker ist einer von vier Sätzen, die der deutsche Handwerker in seiner Ausbildung lernt. Die anderen drei Sätze lauten, an ihrer Stelle würde ich das alles neu machen lassen. Das war ich nicht, das war schon vorher kaputt. Und brauchen Sie unbedingt eine Rechnung. Nach der Begutachtung des Siphons steht der Handwerker auf und macht erst einmal Frühstückspause. 11.00 Uhr. Die Polen fangen an zu tapezieren. 11.30 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister kommt aus der Frühstückspause und macht sich am Siphon zu schaffen. Neben ihm steht sein Lehrling. Der deutsche Handwerksmeister kommt grundsätzlich immer mit einem Lehrling, denn das deutsche Handwerk ist traditionell hierarchisch strukturiert. Oben an der Spitze steht der Meister, dann kommt der Geselle, dann kommt der Lehrling und dann, Herr Vorsitzender, kommen Sie. Was die Funktion des Lehrlings ist, ist noch nicht erforscht. In den meisten Fällen steht er einfach nur doof wie 100 Meter Feldweg daneben und hat den Mund auf. Mindestens 80 Prozent der deutschen Lehrlinge im Handwerk haben den ganzen Arbeitstag lang den Mund auf. Ethnologen vermuten, dass dies ein Sicherungssystem ist. Solange der Lehrling den Mund offen hat, weiß der Meister, dass er noch atmet und lebt. An den Bewegungen ist dies nicht festzustellen, denn während der Meister arbeitet, steht der Lehrling unbeweglich und starr daneben, woher sich auch der Begriff Standort Deutschland ableitet. Der deutsche Lehrling bewegt sich so wenig, dass die Handwerkskammern für Lehrlinge im Dienst inzwischen Thrombosestrümpfe vorschlagen. 11.45 Uhr. 11.45 Uhr. Die Polen kacheln das Bad. 11.50 Uhr. Der deutsche Handwerksmeister stellt fest, dass ihm eine Muffe fehlt. Er schickt den Lehrling zum Auto. Sie rechnen das Bewegungstempo des Lehrlings mit dem Hin- und Rückweg zum Auto hoch und wünschen ihm bis zum Wiedersehen schon mal Frohstern, fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch. Der Meister bleibt zu lange zurück, schaut sie an und stellt fest, dass er Durst hat. Sie bieten ihm ein Glas Wasser an. Seine Antwort, ich will mich nicht waschen, ich habe Durst. 12.15 Uhr. Kleine Krise mit einem polnischen Handwerker. Franeck hat einen Fehler gemacht. Es ist Ihnen, Herr Vorsitzender, aufgefallen, als er aus Ihrer Küche kam und stolz verkündete, Sauna-Fertigmaster. Beim Blick in die Küche stellen Sie fest, er hat das Laminat an die Wand geklebt und die Raufhase auf den Boden. 12.20 Uhr. Der deutsche Lehrling kommt mit der Muffe zurück. Er hat natürlich die falsche Muffe mitgebracht. Die richtige ist nicht da. Der Meister schickt ihn los, er soll zum Baumarktshausen und die passende Muffe holen. Der Lehrling saust los. Sie denken an den Stundenlohn der beiden und begreifen zum ersten Mal, wie das Wort Muffenshausen wohl entstanden ist. 13.30 Uhr. Franeck hat die Küche wieder in Ordnung gebracht und alle Elektriken in der Wohnung verlegt. 15.00 Uhr. Nach seiner Mittagspause setzt der deutsche Handwerksmeister seinen Engländern in Siphon und verzieht plötzlich schmerzvoll das Gesicht. Das ist für Sie, Herr Vorsitzender, ein kritischer Moment. Wenn ein deutscher Handwerker vor Ihnen schmerzvoll das Gesicht verzieht, handelt es sich um einen absoluten Notfall, auf den Sie sofort und nur auf eine Art reagieren müssen. Ignorieren, Herr Vorsitzender. Wegschauen. So tun, als hätten Sie nichts bemerkt. Sie, Herr Vorsitzender, machen den Kardinalfehler und fragen den Handwerker, was haben Sie? Die Antwort? Die Antwortverkalkung im Ellenbogen. Furchtbar, kennen Sie das? Ich war schon bei tausend Ärzten. Wenn ich Ihnen das erzähle, jung, gehst du mal in die Autos und holst du mal die Röntgenbilder. 15.10 Uhr. Bolek und seine Truppe sind fertig, ihre Wohnung ist renoviert und geputzt. Alles kostet zusammen 200 Euro. Sie, also die Polen, fahren jetzt weiter nach München zu Ihrer nächsten Baustelle. 15.50 Uhr. Sie, also Sie, Herr Vorsitzender, haben die gesamte Krankengeschichte des deutschen Handwerksmeisters, seiner Familie, seiner Freunde, seines Dackels und der Familie und der Freunde des Dackels gehört. Sie kennen seine Hämorrhoiden besser als er, ihren Siphon. Den Grund für seine Krankheiten weiß er natürlich auch. Die Arbeit, der Stress, der Druck, den man als Mittelständler hat, dieser unglaubliche Druck und diese unmenschlichen Steuern. Wenn er nicht grundsätzlich schwarz arbeiten würde, könnte er die gar nicht bezahlen. Und dann noch die rot-grüne Regierung. Das schlägt auf die Psyche. Er kann schon nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Er hat nicht mehr Lust auf Sex mit seiner Frau. Während er sein siebtes Bier köpft, stellen Sie, Herr Vorsitzender, sich vor, wie Handwerker überhaupt Sex haben. Rufen die wohl beim Orgasmus, Schatz, ich komme. Oder rufen die, Schatz, halte ich bereit, ich komme zwischen 8 und 14 Uhr. Und berechnen die dafür die Anfahrt. Plötzlich piept die Uhr des Handwerksmeisters. 15.58 Uhr. Feierabend. Sie werden nervös. Ihr Siphon. Sie schlagen vor, die Handwerker können nur noch einmal etwas länger arbeiten. Aber Meister und Lehrling schauen Sie an wie zwei Teletubbies. Hirnforscher haben herausgefunden, dass die Wortkombination länger und Arbeiten von deutschen Handwerkern syntaktisch nicht in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden kann. Also packen die beiden alles ein und bitten Sie um insgesamt 420 Euro für den Arbeitstag. Und in Siphon werden die beiden auch noch reparieren. Sie kommen demnächst wieder vorbei. Am besten Sie halten sich zwischen Mai und September schon mal grundsätzlich bereit. Ich danke Ihnen.